so leute und damit sind wir beim nächsten video wir sind bei booster nummer 500 wie immer bei geraden zahlen mache ich was besonderes draus 100 war jetzt nichts so besonderes weil ich es vergessen habe 200 war ein vip double masters booster glaube ich nummer drei waren for a black border booster nummer vier war ein double masters 2 collector booster und ich zittere ein bisschen dieses mal haben wir kein richtiges booster vor uns wir haben was richtig 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 krasses vor uns und dementsprechend hoffe ich dass wir richtig krass ziehen und ich freue mich drauf ich bin so hype dieses paket sage ich mal wurde mir zugeschickt von einem abonnenten der anonym bleiben möchte trotzdem vielen vielen dank an dich und ich bin ich bin sehr sehr hyped und ein bisschen bisschen nervös und zittert und ja also wir haben kein richtiges booster auf sondern druckbilder 60 karten es ist so ein ding pack und hier ist schon minimal eingerissen es kann wahrscheinlich durch den versand es tut mir leid dass bei mir passiert aber der rest ist komplett intakt das ziel ist intakt ich habe es nachgeguckt das ding ist vollkommen legit das ding ist von 1900 wo ist es denn 96 und ich trau mich nicht ich muss videoaufnahme läuft ja okay gut ich bin wirklich ich habe so angst vor allem was hier drin ist trugbilder mirage so ein schönes set oh mein gott oh mein gott ich sterbe gerade oh mein gott ich muss aufpassen ich anfangen zu heulen weil ich mich so hart freue darauf das hier aufzumachen noch mal wie gesagt vielen 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 dank dass ich das an meinen abonnenten hier zeigen kann und ich hoffe ihr wisst was ihr hier gerade appreciated das ist der wahnsinn und das ist der absolute wahnsinn ich werde das auch ein bisschen feiern was ich hier mache in dominaria liegt der reiche das liegt der reiche kontinent jamuda nicht jumado nicht jumanju das ist ein film dessen bewohner und kreaturen des tropischen klima aufblühen die glorreichen völker von jamuda blicken auf eine jahrhundertelange tradition der magischen künste zurück die magie unter der heißen sonne erschafft wundervolle und mächtige trugbilder wirst du die kraft für dich nutzen können ist dein eigenes spiel ist aber kann aber auch als erweiterungsset von magic die zusammenkunft genutzt werden das alte wursatz symbol das deck master made in belgium ich bin ihr merkt ich bin sehr langsam und ich hoffe das ist okay für euch ich bin auch super vorsichtig hier mit irgendwas umzugehen ist nochmals trippern und oh mein gott die länder schon oh mein gott also ich weiß auch nicht genau wie die anordnung hiervon ist ich wollte mich einfach nicht spoilern lassen in irgendeiner hinsicht deswegen habe ich gar nichts mehr angeguckt nicht mal wie die reihenfolge ist dementsprechend gucken wir mal rein wir haben gott das allererste und wichtigste sie riechen so gut oh mein gott wir haben oben drauf ich hatte das mal okay das ist glaube ich eine kamen ich hatte das mal hier haben wir länder mit gebirge sumpf insel die sind wunderschön die sind wirklich wunderschön ebene gebirge sumpf eine meiner lieblingssümpfe um das mal gestated zu haben wald ich kenne jemanden dessen lieblings wald ist das in der ochse oh mein gott ja oh mein gott sind die hübsch und das sind karten das sind karten ich glaube das sind die rears dann sollte ich hier nicht weitermachen dann sollte ich erst mal hier weitergehen mirage trug bilder ein kleines regelheftchen ihr werdet fragt mich ganz oft warum man nicht mehr so ein regelhefter beilegt hier sind neue regeln alte regeln grundregeln und so weiter und so fort wir kommen hier aus einer zeit wo man dreimal pro jahr einen booster display bekommen hat oder halt eine neue edition und da neue regeln kamen das war es das heißt alle drei jahre alle drei alle dreimal im jahr hat man so ein heftchen bekommen da waren die neuen regeln drin ein paar regeln wurden geändert gibt ihm karten waren nicht sonderlich kompliziert man konnte easy peasy damit mithalten und das war easy heute leben wir in der welt wo wir jeden monat neue karten neue effekte und was nicht alles bekommen so was hier ist einfach nicht mehr möglich riecht das eigentlich auch nach alt nein doch doch so ein bisschen erinnert mich daran aber tatsächlich eher an die mirro den sachen effektstapel unterbrechungs zauber auch das gibt es ja gar nicht mehr mein gott wie großartig das hier aussieht einfach großartig so kleine hälftchen so dann gucken wir hier weiter schlammschatten zwar meine eins eins ein manner opfern sumpf kriegt plus 1 plus 1 marke krass himmels diamant kommt getapptes spiel tappen für ein blaues da sind die diamanten drin krass stimmen zebra einhorn vier manner zwei zwei wenn es spiel zum lebenspunkt war für jeden schaden den es bekommt als lebenspunkt so ist eisenzahn elefant oder elefant hier mit den fünf manner drei drei trampel das sind damals karten gewesen oh mein gott fühlen sich so großartig super so ein bisschen leid für euch gerade und gleichzeitig auch nicht also es tut mir leid dass ihr das hier nicht 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 fühlen können und es tut mir leid dass ihr mich gerade ertragen müsst aber ich hoffe ihr ihr merkt wie excited ich bin das ist gerade für mich das ist auch ich bin so ein bisschen im siebten himmel oh mein gott noch mal vielen 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 dank dafür zwergen bergmann zwei manner eins zwei für drei manner sterben nicht standard land kervis säuberung ist das nicht auch eine reserve diskarte ist das nicht eine rare sind das jetzt die angekommen gewesen ist ich bin bin ein bisschen verwirrt ein rotes und schwarzes zerstören wir eine kreatur deiner wahl mit spruchkosten von x wenn diese kreatur auf dem friedhof gelandet wird fügt dem gegner auch schon viel schaden zu feuerwanderer von squatter das glaubt das sind die rares keine ahnung dreimal an 0 1 immer wenn man roten zauberspruch ne kann nichts hier von roten zaubersprüchen oder effekten sein dreimal an 0 1 tappen fügt eine kreatur der spieler ein schaden zu und toter pübel vier manner 2 0 wenn das spiel kommt kommt mit einer anzahl ein plus 1 1 machen spiel gleich der beschwörungskarten in deinem friedhof die wir dann ganz im prilip finden okay dann haben wir glänzende geisterwesen das ist ja ein hübsches artwork 302 3 wenn er in einer wald schwarze kreatur kontrolliert kriegt die plus 1 plus 2 dunkler sog damals eine sehr mächtige karte ein schwarzes ein farbloses wir fügen einem gegner x leben zu wir bekommen x leben weil das ding hat eigentlich ein rotes ein schwarzes ein farbloses und x und für das schwarze was wir zusätzlich bezahlen verliert dein leben wir kriegen dein leben das erklärt diese karte eigentlich nur zahl binat ne zahl was zahl fien vier nischer ritter okay 302 2 flankenangriff oh mein gott erstschlag flankengriff und erschlag aschkari der bis brennenden schild ist auch mit flankenangriff 302 2 erstschlag bis man des zuges kririon 11 cool 201 1 1 tappen für ein für blaues für ein grünes und wenn sie ins spielwerk kommen können wir eine farbe ausfüllen die tappen auch für diese farbe die habe ich tatsächlich mal lange zeit lang in meinem grün schwarzen deck gespielt kraftverlust ein counter der dafür sorgt dass jeder alle seine mana bezahlen muss sehr sehr cool totale erschöpfung 2 mana minus 2 minus 2 verzauberung sehr cool ein mana 1 1 der hirte mit flankenangriff beschwörung eines späher großartig feuer salamander 201 1 für ein rotes kriegt die plus 1 plus 0 kann man nur ne begraben den feuer salamander am ende zu ist okay nebel oh mein gott was das für ein geiles artwerk von nebel kreaturen fügen in diesen zug keinen kampfschaden zu wow what alter wie geil hübsch oh die fackel für ein rotes fügen wir x schaden an x also x schaden zu und wir können für den zauberspruch kosten als instant spielen wir zweimal mehr bezahlen was nicht schlecht ist magier der bauerngilde 1 mana 1 1 für ein weißes kriegt eine kreatur erst schlag weißes und tappen für ein rotes und tappen fügen wir einem spieler oder einer kreatur einen schaden zu und uns auch der skeada fliegend kriegt plus 1 bis 0 ebenholz amulett auch sehr cool drei leben verlieren friedhof und eindringender sand zerstören land und wenn es ein nicht standard land war fügt der herrscher zwei schaden zu das haben wir eine zeit lang gespielt statt sinkhole weil sinkhole so teuer war erkundungskrall fliegend erst schlag 4 mana 2 2 die waschino krieger 4 mana 4 2 ohne effekt ohne effekt eine karte ohne effekt wann haben wir das das letzte mal gehabt erst ein bisschen her ursprünglichkeit zerstöre alle gezielten verzauberungen also alle augen wurzelmauer spielt man bis heute root walls 2 mana 0 5 legen im 0 minus 0 minus 1 marke auf die kriegen grünes mana mantel der unsichtbarkeit eine kreatur kriegt instabilität und kann von mauern nur von mauern blocken instabilität dunkle knechtschaft kann man als spontan zwar wirken wenn man das tut begraben wir die sonst verzaubern wenn der kreatur kriegt plus 3 minus 1 und ist schwarz pazifismus der klassiker wirklich cool femref speer 3 mana 1 4 ohne effekt ohne effekt sage ich euch steinhagel oh mein gott 3 mana das ist der land bäm schleichender tiger das realistischste artwork was wir damals hatten wir haben damals mal gerätselt ob das ein foto ist oder ob das eine zeichnung ist 4 mana 3 3 kann nicht von mehr als einer kreatur geblockt werden sehbändiger 2 mana 1 1 tappen für ein farbloses mana oder für ein farbloses tappen kriegen wir blau und ein boomerang ich habe 1000 ohrwürmer aus den 90ern gerade im kopf 2 mana wir bringen eine bleibende karte unserer wahl zu auf die hand damit können wir auch länder auf die hand zurückgeben das ist mächtig und cool dementsprechend ja boomerang dann haben wir tatsächlich glaube ich unsere rares hier unten und da haben wir schon ein bisschen reingespäht und wir haben ein general jabadi das ist glaube ich eine reserve diskarte 4 mana 2 2 flankenangriff zählt als ritter jetzt mit dem neuen ritter deck bestimmt cool und wenn er angreift tappen wir eine kreatur die verteidigende kreatur kontrolliert beschwörung einer legende und wir haben rollender angriff auch eine reserve diskarte 4 mana spontan ist aber eine kreatur kriegt trampeln bis zum ende des zuges und plus 1 plus 0 für jede kreatur die wir kontrollieren ne von der sie geblockt wird so ist richtig nicht schlecht und verwirrende sporn ist glaube ich auch eine reserve diskarte 4 mana 0 1 fliegend wenn sie irgendeine kreatur blocken lege 4 sporn count auf die kreatur wir entfernen während des versorgungssegments es beherrscht als eine spornmarke die kreatur entappt nicht während des tab segments solange spornmarken auf ihr liegen ja das sind unsere drei rears sehr sehr cool oh mein gott das ist wirklich ich bin ich bin ich bin im siebten himmel noch mal vielen 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 dank dass ich das hier als booster nummer 500 aufmachen konnte oh mein gott das ist das ist der wahnsinn ich bin hyped ich hoffe ihr hattet spaß ich hoffe ihr wisst was ihr appreciaten durfte das ding ist nicht günstig und dass ich das für euch aufmachen durfte noch mal vielen 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 dank und ja wenn ihr dem video daumen nach oben da lasst würde ich mich freuen und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ablexeht ciao ciao und